Tagesenergie, Dienstag 30.11. Es ist wichtig, dass Sie sich nicht zu viel mit Ihren Ängsten auseinandersetzen. Gehen Sie auf etwas Distanz zu diesem Gefühl und sehen Sie es von außen an. Sie werden sehen, es besteht weit weniger Grund, als Sie befürchten. Auch Launenhaftigkeit ist heute möglich. Lachen wäre die beste Medizin, damit Sie alles in den Griff bekommen. Es hat richtig therapeutische Wirkung. Treffen Sie heute auch Menschen, welche Sie länger nicht gesehen haben. Es wird beiden Teilen sehr gut tun. Auch Filme schauen, Kunstgenuss und künstlerische Tätigkeit bringt heute viel Lebensfreude. TV 21 Austria. Einfach anders.